Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, am vergangenen Sonnabend, dem Internationalen Tag gegen Homophobie, brachte das Heute-Journal einen Bericht, und zwar nicht nur einen Bericht über die große Enough-is-Enough-Demonstration, sondern auch einen Bericht über den Lebensort Vielfalt, auf den Herr Birk schon mal eingegangen ist. Ein Angebot der Schwulenberatung hier in Berlin. Ich fand das einen sehr einfühlsamen und klugen Bericht über das Altwerben von Lesben, von Schwulen, von Transmenschen, denn ja, auch Queers werden alt und sie werden sichtbar alt und sie brauchen natürlich altersgerechte Zuwendung, Pflege und auch Bleibe. In dem Bericht wurde geschildert, was notwendig ist, zum Beispiel entsprechende Projekte und Angebote, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Queers eingehen, und da geht es nicht um den sexuellen Bereich, Herr Krüger, sondern da geht es um den Menschen und die Menschen in ihrer Gesamtheit als Persönlichkeiten. Es geht hier nicht um Sexualität, sondern es geht um sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität. Das ist was anderes. Zum Beispiel könnte der Senat preiswerte Immobilien und Grundstücke bereitstellen, um dem gewachsenen Bedarf gerecht zu werden. Nun hat die Koalition heute einen Antrag vorgelegt, der sich vorgeblich des Themas annimmt, wobei die beiden Redner ja noch nicht so ganz klar waren, was jetzt eigentlich das Thema des Antrags ist. Und sie haben viel über Serien geredet. Da sage ich, über die Serie rede ich dann, wenn ich sie kenne. Bisher kenne ich nur Römisch 1. Und Römisch 1, meine Damen und Herren, ist ein Manifest der Ahnungslosigkeit, des Wortgeklingels und der Phrasendrescherei. Und lieber Herr Krüger, ja, der Bekenntnisse, der Bekenntnisse im schlechtesten Sinne, nämlich der Sonntagsreden, auf die in der Regel nichts folgt. Diesen Antrag als Weiterentwicklung der Initiative für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt zu bezeichnen, das hat die ISV wirklich nicht verdient. Und gehen wir mal in die Details. Die Koalition begrüßt unter Punkt A die Verankerung des Diversity-Prinzips als festen Bestandteil von Altenhilfe- und Pflegediensten. Und er bittet den Senat, das, Zitat, zu verstetigen, zu vertiefen und weiter auszubauen. Mich erinnert das, meine Damen und Herren, an die Propagandasprache der DDR. Es muss alles, was schon jetzt eigentlich super ist, noch ein bisschen schöner werden. Aber davon abgesehen, woher weiß die Koalition eigentlich, dass das da schon verankert ist? In der Antwort auf meine kleine Anfrage Nummer 10, 5, 11 teilt der Senat mit, dass ihm kein ausreichendes Datenmaterial zur Verankerung dieser Standards für die Akzeptanz sexueller Vielfalt in der Altenhilfe vorliegt. Und er weist auf die Grenzen hin, freien Trägern in Bezug auf diese Frage Vorgaben zu machen. Der Senat stellt keine Gelder bereit, um mit möglichen wissenschaftlichen Analysen oder Erhebungen bessere Datengrundlagen zu bekommen. Und die Koalition behauptet einfach mal, das sei alles schon wunderbar verankert. Das ist die Hybris der Koalition. Das ist die Ablösung von jeder Faktengrundlage, die diese Koalition in dem Themenbereich kennzeichnet. Aber wo liegen die Probleme? Was passiert beispielsweise, wenn zwei in die Jahre gekommene Lesben bei einem katholischen Pflegeheim einziehen wollen? Die Koalition hat offenbar nicht den Funken von Problembewusstsein, worum es bei diesem Thema eigentlich geht. In Punkt B und C die gleiche Phrasensprache ausbauen, anpassen, ausweiten, ermutigen. Nichts Konkretes, Bekenntnisse, die erstens den Status quo preisen und zweitens darum bitten, nicht nachzulassen, damit alles noch besser wird. Punkt D und E sind geklaut. Und zwar zum Teil einfach wörtlich übernommen aus unserem Antrag zu einer ISV 2.0 vom 14. November 2012. Können Sie nachlesen in der Drucksache 17 0652 in den Beschlusspunkten 22, 25, 27 und 52? Geklaut aus einem Antrag, den die Koalition jetzt seit anderthalb Jahren verschleppt hat und im Bildungsausschuss auch schon abgelehnt hat. Also, wenn Sie hier reden, Sie wollen mit uns darüber diskutieren und so weiter. Sie hatten zwei Jahre Zeit, mit uns zu reden und zu diskutieren und passiert es überhaupt nichts. Also, wenn das alles ist, was die Koalition zu bieten hat, dann sage ich armselig, einfach armselig. Der Senat hat bereits 2012 in besagter Antwort auf meine Anfrage mitgeteilt. Im Grundsatz wünscht sich der Senat eine stärkere Einbindung dieser Personengruppen in die Arbeit der Seniorenpolitischen Gremien. Passiert es nichts. In der Sprachphraseologie der Koalition sage ich mal, dieser Wunsch des Senats sollte verstetigt, vertieft und weiter ausgebaut werden und vielleicht endlich ein konkretes Handeln münden. Punkt F besagt, der Senat unterstützt Träger von Wohnprojekten mit der konzeptionellen Ausrichtung auf die Ansätze von Diversity und Inklusion. Das ist in seiner Schlichtheit so peinlich und es steht pars pro toto für den ganzen Antrag. Da der Koalition nichts Konkretes einfällt, wird schwadroniert. Wir sind gespannt, was noch kommt. Römisch 1, das bedeutet ja, es könnte auch noch Römisch 2 drohen. Meine Bitte wäre, ersparen Sie sich uns und sich weitere Peinlichkeiten aus diesem Niveau. Lassen Sie uns gemeinsam auf Basis der vorliegenden Anträge und mit den Projekten tragfähige Lösungen finden. Das, was Sie hier vorgelegt haben, ist bedauerlicherweise einfach nur ganz, ganz schwach.